Eins haben sich die Dritten in jedem Fall verdient. Die ganze Arbeit und Kreativität und Blutschweiß, Tränen, die sie in diesen Showtanz gesteckt haben, die haben ja auch einen Showtanz vorbereitet. Das kann man nicht einfach, oder? Das kann man nicht einfach nicht anschauen. Wie schaut's aus, meine Damen und Herren? Wollen Sie den Showtanz unserer Drittplatzierten noch sehen? Sie zu Hause auch? Das ist gut. Hier sind Sie. Riem und Dimitar mit ihrem Showtanz. Die Drittplatzierten. Die Drittplatzierten. Die Drittplatzierten. Fisch in the sea, You know how I feel. River running free, You know how I feel. Blossom on a tree You know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Stars will shine You know how I feel Oh, freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life It's a new dawn, it's a new day It's a new life, it's a new life for me And I'm feeling good I feel good I feel so good So good I feel so good I feel so good Und Dimitar für diesen Schoden Sogar die Jury steht Sogar die Jury steht Jetzt habt ihr aber was gehört, oder? Ihr könnt euch schon wieder setzen, freilich. Na freilich, dafür hab ich Verständnis. Danke. Danke schön. Imika! Imika! Danke! Ein Zehner! Zehner von Ballasch. Danke, Ballasch! Danke schön. Toller Applaus für euch! Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.